So, würde ich sagen, brech mal auf, meinst du was vergessen? Schlüssel, fuckeln, essen. Ist ganz schön teuer, so ein langes Ding. Aufbrechen. Im Labyrinth. Ich hoffe, ich habe nicht drauf geachtet, ob irgendeiner jetzt plus Stress stand im Labyrinth oder sowas. Das wäre jetzt ganz schlicht. Ich glaube, wir müssen zuerst scouten die schwarzen Hände. Warte, sechs. Drei bis sechs. Freil ich vollkommen aus. Vier bis acht. Fünf. Ich halte mich selber kritisch. Oh nein, bin ich dumm. Bin ich dumm. Bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm, bin ich dumm. Oh man. Oh, krass. 80 Stress gehe ich hier mit der Tussi rein, ey. Sehr klar. Nehmt solche Granate. Ich habe jetzt echt eine Heilerin von 80 Stress reingenommen. Oh, fuck. Das kann übel enden. Das ist eigentlich egal. Das ist eigentlich egal, kann man nicht mehr machen. Confidence surges as the enemy crumbles. Das treffe sie gar nicht immer. Okay. Du musst mich packen, wegen... Ne. Stress. Und bam. Irgendwie hier sind sie kräftiger. Ich sage irgendjemand mit fallenden Schärfen. Weiß ich. Ich glaube nicht, ne. Weiß ich. Weiß ich. Ich habe den Fallen drum herumlaufen, glaube ich. Wobei es halt geht. So, hier. Schlüssel. Nummer eins. Ja. Wollte gerade sagen. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Ich gehe wieder zurück. Danke. Ich will eigentlich... Ich will nicht durch die Falle laufen. Achso. Ich muss durch irgendeine Falle laufen. Hier. Du versuchst mal. Entschärft. Nice. 30%. Eins aus drei. Hier. Fackel. Oh nein. Nicht der. Der muss weg. Wann der Knall? Sehr gut. Er ist ein betäubtes Vieh, Alter. So. Wenn es blutet. Bram, du triffst nicht. Betriffst du gar nicht. Du musst du zwischendurch wieder heilen. 11 bis 21. Jawohl. Danke. Damit habe ich schon mal den weg, der dem mit so viel Stress machen kann. Mit seinen dummen Trommel macht er richtig viel Stress schaden. So. Kannst du das mal treffen? Das ist irgendwie der vierte Schlag in Folge, der daneben geht bei ihm. Das ist nur eine schlechte Trefferchance. Das ist ja echt ein bisschen übel. Ja, gibt es auch 100%. Soll ich nicht mit Gift auch angreifen? Ich voll trotten. 4 bis 8. Barm. Auch wenn es nur 1 HP ist, ist es besser als nix. Hier ist jetzt sehr gut. Wir haben auf die Leichen drauf. So. Jetzt kannst du mal treffen. Wahnsinn. Wegelagerer. Du hast nämlich nicht mit. Hier 1-2-Fackel-Stack benutzen. Weil ich das zusammenstacken kann. Oh nein. Oh. Ja, natürlich. Fängt erst mal direkt an. Oh. Hat nur auf ihn... Hat nur auf ihn eine Wirkung? Hä? Ich habe irgendwas verpasst. Hier, verwirrende Knall. Perfekt. Jetzt wieder vorne. So. Woll. Und Bram trifft auch mal. Ist ja... Irre. Der Formation ist broken. Maintain die Offensive. Ich hätte sie doppelt... Stressschaden mitbauen müssen. Nein, nicht auf die. Ah, danke. Ja, gut. Ne, die haben 100. Das ist totale Humbug. Nee, den ging jetzt nicht mal wirklich totale Humbug. Außer gegen die Schweine. Ich glaube, die kann ich vergiften. Back to the pit. Back to the pit. So, wie viel hat er? 75. 75. Das hatte ich mir echt... Am Anfang echt ganz schön... Scheiße. Kann ich den hier... Moment mal, da ist ja schon 8. Wups. Wie viel ist das wert? 500. Ne, will ich eigentlich nicht. Ne, der Rest ist mir zu wertvoll. Ich will nichts davon weg tun. Na, gehört dir. Schlüssel. Und ne Büste. Nehme ich jetzt Büste statt Weihwasser mit? Aber Weihwasser kann mir... Nee. Nee. Nicht... Nee. Ah, Kampf. Da haben wir ein Wahnsinniger. Das ist natürlich ganz schlecht. Das ist ein Anfall. Das ist ein Anfall. Nein. Nicht auf... Na, Alter. Ja, das geht. Aber das ist ein Anfall. Plusgeschwindigkeit... Minus Prezi, minus Crit. Moment mal. Prezi-Modifikate. Minus 15. Okay, bei der sollte ich vielleicht dieses wieder wegmachen mit dem Prezi-Ding. Gift, 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 Gift. Dann hier solche Granate noch hin. Bluten. Ausgewicht. Vier bis acht. ehrlich sei der 6 schaden die werfen wieder setzt die sieben bis 30 und noch mal solche kann das ok und krank versetzt meist ausgewichtigen gute schmerzen haken zu stimmen gegen den also gar nicht schlimm hat 6 bis 11 ausgewichen die präsentation von brams einfach 0 also wirklich 0,0 syphilis was macht das minus prez minus schaden geil geil so sagen wir alle vorne mal der da hinten wurde dankeschön da kann ich mal alle heilen das war nicht minimal variante noch ein schluss sache wie viele schlüsser ich empfehle expedition at least promises success wappen oder porträt das porträt war krass viel wert nämlich porträt mit die wappen habe ich auch noch die meisten mit abstand passen aber noch mal ok da sind wir keine weiwasser drauf sprühen gut zu wissen weil was auf den dingern schlecht wurde bereits geplündert schade schuh auf jeden fall ausmacht würde ich sagen oder wenn eine andere chance haben wir eh nicht noch ein porträt sehr gut der hat es aber irgendwie krass ist der was aber dringend nötig was zu killen wir haben wir jetzt ein raum geht noch nicht gut das ist das licht vergessen und kann jetzt der kampf okay da würde ich sagen wir lagern mal ich brauche hier nicht so viel gesundheit so alle gefährten ja das würde ich an der stelle machen weil der sowieso immer das meiste leben hat halte ich von mir fern ich fühle mich unwohl zeitkosten feiern stress scham stress 25 gelindert minus brezzi minus geschwindigkeit stress von 30 für alle gefährden wenn ich glaube ich stress von 7 erhöht wenn ich glaube ich stress von 15 erhöht na geil kranker 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 ermutigen hier die da brauche ich nicht ich habe noch 7 die noch 5 4 1 nicht so richtig geil lagerfähigkeit 3 plus brezzi plus ausreichen vier kämpfe und ich glaube ich mache das und die krankheit gegen körperlich eigentlich von innen stärken so und dann noch hier noch kreuz sehr gut dann ist mein stress nämlich wieder auf einem sinnvollen level und ich hoffe ich werde es nicht überfallen ohne uns reichen vorräte sehen die sachen viel düsterer aus dass wir mich an das eine mal im wald und ohne die ganzen spinnen und ich wurde nicht gefangen sehr gut spielte und das ist mein kräft ich fange nicht an welche skelette hier anzutatschen das könnte mein stress wieder und unnatürliche höhen treiben was ziemlich dämlich wäre das kann ich nicht bluten und das kann ich was zum innen ich komme allah alles das arm was es was Nós was